Hallo Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen heute zu einem erneuten Real-Life Video, eine kleine Information, muss ja mal sein hier, und zwar, ich muss euch sagen, diese Woche, die ich jetzt noch habe, diese Woche Schule, ist total anstrengend. Und aus diesem Grund, damit ihr auch Bescheid wisst, kommt nur noch jeden zweiten Tag, oder vielleicht, wenn ich es nicht schaffe, jeden dritten Tag ein Video. Ich hoffe, ihr habt Verständnis, das ist natürlich nicht immer so jetzt, das ist nur diese Prüfungsendphase so, dass ich jetzt halt eben sehr wenig Zeit habe, ich mache eine Ausbildung als Koch. Und da muss ich mich jetzt wirklich ins Zeug legen und habe wirklich auch gar keine Zeit, jetzt da irgendwas hochzuladen, weil ich einfach lernen muss. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, hey, da kann man doch auf jeden Fall doch mal ab und so ein Video machen. Klingt leicht, ist es aber nicht. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich werde mich nochmal hier bedanken, bei allen YouTubern, wunderbar gesagt, bei meinen Abonnenten, Abonnenten sind ja YouTuber. Vielen Dank, dass ihr mich abonniert habt. Ich werde noch gutes Material liefern, kein schlechtes, das will ich nicht, das können andere tun, schlechtes Material. Bei mir gibt es das Positive und bei den anderen könnt ihr das Asoziale angucken. Wobei ich natürlich jetzt hier nur eine Randgruppe meine. Gute YouTuber. Papa Schlumpf. Rabbit. Justin TV. Denos. Und noch ganz andere paar YouTuber. Das sind coole YouTuber. Das sind coole Leute. Das sind... Freundliche, liebe, ehrliche Leute. So was brauchen wir doch hier, oder? Aber es gibt natürlich noch andere ehrliche YouTuber. Auch noch jeden Fall rein. Ihr wisst Bescheid. Dankeschön fürs Einsteigen. Sрамere YouTube. Was?